Pudol war am 26. und 27. Juni 1866 der Schauplatz einer Schlacht des Deutschen Krieges zwischen Preußen und Österreichern. Um den Isarübergang bei Pudol kam es zu heftigen Kämpfen in welchen die Österreicher geschlagen wurden und durch das Zündnadelgewehr außerordentliche Verluste erlitten. Vorgeschichte Nachdem die preußische 1. Armee unter Generalprinz Friedrich Kahl mit rund 97.000 Mann von Görlitz kommen durch das geräumte Sachsen die böhmische Grenze erreicht hatte, rückte sie am 23. Juni parallel zu Elbame über Seidenberg und Zittau in Langenhersäulen ohne auf Widerstand zu treffen in Böhmen ein. Am 26. und 27. Juni erzwang die 1. Armee bei Turnau und Pudol den Übergang über die Isar gegen die Truppen des österreichischen I. Chor mit etwa 33.000 Mann unter Eduard Clem Gallens. Die österreichische Nordarmee zog sich vor der heranrückenden preußischen 1. Armee beständig zurück. Dabei suchte der Oberbefehlshaber Feldzeugmeister Ludwig von Benedek nach einer geeigneten Verteidigungsstellung um den gegnerischen Anmarsch zu stoppen. Verlauf der Schlacht Das Kommando über das westlich stehende österreichische I. Chor lag in den Händen des General der Kavalerie Clem Gallens, der nicht in der Lage war das Heranrücken der preußischen Soldaten aufzuhalten. Die Haupttruppen von Clem Gallens wussten weder, wo sich die Preußen befanden noch an welcher Stelle sie den Fluss überqueren würden und zogen sich weit ins Hinterland des Flusses zurück. Die Isar-Linie schien sich als Verteidigungslinie anzubieten, speziell der Ort Podol, da die Steinbrücke stark genug für die militärischen Einheiten war. Zum Schutz Podols wurden nur zwei unterbesetzte Kompanien aufgestellt. Die heranrückende preußische 8. Division unter Generalleutnant von Horn griff Podol am Nachmittag des 26. Juni mit seiner Vorhut der 15. Brigade unter General Julius von Bose an. Oberst Bergkau, Stabscheffe der österreichischen Eisernen Brigade, zog einen Teil seiner Truppen rasch nach Podol. In der Zwischenzeit jedoch hatte die preußische Infanterie eine seichte Furt in der Nähe der Stadt ausfindig gemacht und begann den Fluss zu überqueren. Als die österreichische Infanterie eintraf hatte die preußische 15. Brigade Podol bereits fast vollständig genommen. Bei dem folgenden Feuergefecht erlitt die preußische Infanterie Verluste durch die österreichischen Lorenzgewehre, die eine größere Reichweite hatten. Als sich die Preußen etwas zurückzogen bildeten die österreichischen Kommandanten aus ihren Reihen Kolonnen. Die österreichischen Angriffskolonnen waren die dichteste Formation dieser Art in Europa. Der Angriff der Kolonnen scheiterte jedoch an den preußischen Dreisitz- und Nadelgewehren, mit denen die Österreicher reihenweise niedergemäht wurden. Aus Klang und Folgen Bis in die Nacht trafen weitere österreichische Infanterieeinheiten ein. Es wurden weitere Gegenangriffe geplant, doch die Dunkelheit und die Schlagkraft der Zündnadelgewehre hielten den österreichischen Stab von einem Angriff auf den preußischen Brückenkopf ab. Schließlich setzten sie ihren Rückzug südwärts fort. Tags darauf konnte sich die 1. Armee mit der Elbarmäe vereinen, die ihrerseits bei Hühnerwasser gesiegt hatte. Es folgte am 28. Juni die Schlacht bei München-Ritz.